Plus einmal Waffenzoomen. Was hat meine denn in dem Haupt? Warte mal. Plus 24% Schaden meine. Ja, die hat plus 9 Schaden, 1,5% Waffenzoomen und 200% kritische. Ja, und die macht 9 Schaden weniger, also keine Ahnung. Ich nehm eine mit zum Verkaufen. Ja, passt. Was liegt noch so rum hier drin? Da vorne ist noch eine Toilette. Ja, ja, in den Toiletten ist voll viel drin, hey. Ach, Bamm dran. Ja, aber sonst haben wir glaube ich alles gut ausgenommen hier. Ja, so aus. Da müssen wir wieder zurückgehen, oder wie? Ja. Ich glaube, hier sind wir fertig. Mich heil dich mal, hey. Ich hab nix dabei zum Heilen. Kann ich dich irgendwie heilen, oder? Ich glaube nicht. Okay. Äh. Ah. Aufzug. Ich verstehe. Bist das beim Aufzug? Oh Gott. Alter, ich hab vielleicht fast runtergeflogen. Tja. Das ist ein weiterer Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahr. Wokne dich und zieh los. Ich beobachte dich. Tja. Interessant. Ja. Ist ja witzig. Oh Gott. Das Gangs. Warte, ich stell mein Geschütz da hin. Hoch. Seht ihr mich eigentlich, wenn ich da rumgeistere? Ja. Das Geschütz macht die alle voll hartfertig, he. Hinter dir. Ich hab ihn verprügelt. Der Hund, der ist einfach verprügelt, der den Hund legt. Einfach so. Sowieso. Jetzt zurück. Kriegst zurück. Nachher. Oh oh. Oh. Ich freu mich schon auf der B7, wenn wir die neuen Waffen nehmen können. Ja. Dann machen wir wenigstens mehr Schaden. Ich hab noch keine. Warum hast du dir in dem Automaten keine gekauft? Ach, bei dem Automaten meine? Ne, bei dem alten. Bei dem ersten, wo die die Waffen gekauft haben. Ne, da war meine besser. Ja stimmt, du hast ja das Droplack gehabt. Ja, genau. Ja, genau. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Ein neuer Sieg. Hm. Hm, okay. Ich hab Skillpunkt. Da vollständig noch mehr. Und Skillpunkt? Ja. Ich hab jeden Level. Ich hab jeden Level haltens. Skillpunkt dann wahrscheinlich. Oh, alter drauf einmal. Fuck, Alter. Boah. Jetzt, wo ich nachladen muss. Alter, ich glaub wenn ich... Was? ja was soll ich weiter wenn ich kritisch treffe wenn ich ist es voll harte mache ich 300 damage alter ich glaube meine fähigkeit ich glaube ich muss ich so benutzen wenn ich praktisch weil ich mache schaden wenn ich aus dem unsichtbarkeitsding rausgehe muss ich dann hinlaufen und dann rausgehen ja hier kannst du auch nichts kaufen muss der städtischen tatsächlich als auch die munition kiste oder ich habe es auch hier was ist das schön ist Prozent die m st die Ihr seid für einen richtigen Arzt, wenn ihr eine Apparate mit einem unheimlichen Narren habt. Der verkauft jetzt voll viele unterschiedliche Schilde, hä? Der Automat hier. Mhm. Was war denn T-Bone Junction? Das ist die Stadt, oder? Äh, na T-Bone, das war die Erweiterung, glaub ich. Weil in der Ding haben wir die Mission da für Level 35. Äh, ja. Hey, die Schilder haben so viel Kapazität hier. Das muss ich mir hier mal anschauen, hey. Meins ist jetzt 60 und da ist eins drin mit 127. Alter, ja, das kostet doch dementsprechend. Krass. 1800 kostet das. Ich könnte hier mal den Zeug, den Mist verscherbeln, wo ich nicht brauche. Ich glaub ich kann mir das für 784. Ja, ich nehm das untere. Oder? Ne, ich warte. Ich bin ja nicht so. Moment, ich hab jetzt mal verkauft hier schnell. Natürlich. Was gibt's denn jetzt noch für welche? Mal gucken, ob da was besseres dabei ist. Mhm. Das mit 119 ist natürlich geil. Das ist mit der Charge. Ich seh da dein Auge, Dennis. Das ist sehr, sehr schön. Weißt du, was ich jetzt auch sehe? Was? Oh Gott. Ich nehm mir das mit. Gut, dass du nicht aufnimmst, Kevin. Nein. Alter, wie der letzte Götze wieder. Da muss man auch Level 7 haben. Jetzt hab ich schon zwei Sachen, die ich mit Level 7 dann anziehen kann. Ich hab noch gar nicht mit Level 7, ey. Du bist doch der Pop. Ja. Das ist richtig. Aber du bist der letzte Götze, Kevin. Nein. Bin ich nicht. Doch. Auf jeden Fall. Derjenige, der den Spruch letzten Götze noch hat, der ist eigentlich der letzte Götze. Ja. Alphas Gags. So. Weißt du, was würde zu den Typen runterkommen? Ich glaube, ja. Nein, Toast. Also, we had 3 Balls. Ja, ja, Spruch war schon nice. Wir machen die schon wohl fertig, ey. Ich komm kaum zum Schießen. Ja. Mit meinem Sniper. Die Level 2 Fücher, die sind gleich, die sind gleich down. Hey, du hast ne Waffe getroffen. Aber die ist scheiße, die braucht glaub ich keiner. Oh. Wenn ich nur noch mal zum... Okay. Nein. Mein Geld. Oh nein. Du hast mir mein Geld gebracht. Jetzt werde ich dich umbringen. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Komm doch. Der ist greift da hinten die Skeks an. Der greift mich an. Der, weil du da hingelaufen bist. Das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Voll, die bringen 2 EP. Egal. Hahaha. Ist schon geil. Aber sie bringen mir Muni und Geld. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich würd sagen, wir machen es dann einfach so wie bei Southpaw in einer WoW-Folge. So wie bei dein Anfangsgebiet die Anfangs-Mobs da. Ja, genau. So, kurz den Skillpunkt verteilen. So, selbst würd gern. Ja, den Skillpunkt. Oh Gott, das sind so viele jetzt zur Ausmaßmöglichkeit, ne? Ich geh auf Schauschütze. Schildkapazität. Aha. Das ist cool bei mir in der zweiten Reihe, gell? Aha. Dir und deinen Teamspielern wird zusätzliche, zusätzliche EP gewährt, wenn du einen Feind mit einem kritischen Treffer tötest. Oha. Nice. Nice. Ich hab auch ein paar coole Dinger. Ich hab jetzt ein Ding, wenn ich mal in meiner Phase sozusagen, wenn ich mal rausgehe, da hab ich eine Sekunde lang, äh, Unverwundbarkeit. Okay. Steiger kritischen Trefferschaden. Dann irgendwelche Elementar, mögliche Steigerung auf Elementareffekte. Quecksilber. Quecksilber. Ah. Das ist auch nicht schlecht, wenn ich da in den Nahkampfangriff gehe, äh, werden die Feinde verwirrt und dadurch werden sie langsamer und, äh, ja, haben kein Aim mehr. Also ich kann entweder auf, auf Schaden gehen, auf Support und Tank gleichzeitig irgendwie, mhm. Oder auf Heal. Haha. So viel. Ach, Heal braucht doch keiner. Geil. Wir sind hart. Wir sind hart. Wir sind hart, ey. Support ist aber auch ganz cool. Leute, die bei meinem Geschütz stehen, kriegen dann Munition und sowas. Geil. Ist echt geil. Ja. Ja. Bei dem anderen werden halt Leute geheilt, die bei meinem Geschütz stehen und sowas. Ist echt auch ganz cool. Nein. Lass mir das, Kevin. Lass mir das. Lass mir das. Lass mir das. Auf was soll ich denn gehen, was dein Name sinnvoll ist? Ich weiß nicht. Alter. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal mehr Schaden. Ist wieder so weit, Kevin. Ja. Bis wir da wissen, ne? Ja, ja. Wir sehen uns. Alter, komm. Wo bin ich denn hin? Da sieht man halt wieder, wer es nicht drauf hat. Ich habe was volles Leben noch. Tja. Da sieht man halt wieder, wer es nicht drauf hat, Dennis. Ja, genau. Da sieht man wieder. Wie der letzte Götze hat er wieder gespielt, ne? Der hat kein Leben mehr. Das ist echt spitze. Jetzt fressen dann gleich die Hunde auf. Die Duelle sind echt spitze. Ich werde gleich so stehen. Ja, du machst halt ein Duelle, aber du kriegst dann auch nicht das volle Leben wieder, sondern nur so ein bisschen. Ja. Das ist voll scheiße. Aber das ist witzig. Das ist los, Deck. Na, kann man nicht. Ich klebe schon wieder voll dabei hier. Ja. So, da ist er ja, der gute Herr. Du solltest mir einen Drink besorgen, damit wir das Feuer haben. Alter, 2200 haben wir wieder gekriegt. Oha. Oder ist das Geld, wo wir haben? Kennst du schon, was hier ist? Wir hatten eine Stärke und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Das wir immer auf verschiedene neue Granaten-Mods, um den Asikai zu verbessern. Granaten-Mods, haben wir die gekriegt oder was? Ja. Wo denn? Ach so, das ist schon aktiviert. Ja, da kann man die austauschen dann wahrscheinlich. Hm. Das ist cool, jetzt haben wir einen Splitter-Granaten. Ja. Krass, wir haben echt 2200 gekriegt, hey. Haha. Das Geld oder was? Ja. Ja. Verkaufen die Automaten hier was Neues? Ich muss das jetzt sehen werden auf den ersten Blick. Doch, der verkauft mehr grüne Waffen auf jeden Fall. Eine Pistole, eine gute. Eine grüne SMG verkaufte. Ja. Grüne Waffen, wo es meine ist? Grüne Waffen, wo es meine ist? Toll, überall schlechter. Ja, du musst aber auch auf die Bonus-Starts schauen, ne? Ach so, ach so, ne, ach so. Das rechte ist das neue, ey. Hey, der verkauft eine epische Shotgun. Wie? Bei dem Angebot des Targets. Alter. Zehntausend. Die könnte ich sogar brauchen, wenn ich auf Schaden gehe, dann kann ich meinen Shotgun-Schaden erhöhen. Der andere verkauft ne, ne Granat, ein Granat-Upgrade. Ein grünes. Mhm. Klebegranaten. Mhm. Also das sind so, so Samtechs dann. Was ist denn die Repeater-Pistole? Ach so. Ist das eine normale Pistole oder? Das ist die Pistole, ja. Es gibt sonst keine anderen Pistolen. Okay. Okay. Äh. Catch a Ride. Catch a Ride können wir machen und TK hat weiter Raube. Das Catch a Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Oh man. Verdammt das System nicht und meine Mutter. Hahaha. Du verstehst schon. Das Catch a Ride ist gleich da vorne. Da kann man immer hinlaufen. Ja jetzt hab ich auch ne Waffe für Level 7. Uhuh. Uhuh. Da sind jetzt schon wieder. Ist wieder soweit. Ja. Pam. Von links. So witzig wenn ich kritisch treffe ey. Hunde. 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 Stirbt ihr. Hunde. 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 Wundern. Hunde. Pumpe, Pumpe, Pistole, SMG, SMG, oh man, nur scheiße, ja, voll, voll, catcher eye benutzt, abliefern, ach so.